Waaah! Miauuu! Muuu! Muuu! Hallo Leute! Fuck, das tut's so in den Hals, ey! Miau 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 Wir sind wieder da in Stray Wir haben das letzte Mal Spaß gehabt beim kleine Klippen herunterstürzen in den Tod Einen Leben unserer neuen haben wir schon verloren Ich hoffe wir verlieren den Rest nicht, das war traumatisierend für mich und ähm Momentan folgen wir in einer Nekropole, also einer Totenstadt Ähm Random Bildschirme und Beleuchtungen, die uns irgendwo versuchen hinzuführen Deswegen Let's go! Lass uns weitergehen hier in unseren Abenteuer Da war doch was im Bildschirm bevor ausgegangen ist Ok, es sind überall Motten Lass mal hier runter, flupp! Für die was nicht wissen, Stray ist ein tolles Katzenspiel, wo man eine tolle Katze ist, die Und kratzt Und kratzt Was ist da vorne? Oh yes, wieder Uh Oh Speed Oh ja Let's go Let's go Gut, unsere Krallen sind top notch Ok, los geht's weiter Wir müssen irgendwie einen Weg zurück finden zu Henry, Mr. Red und Mrs. Floyd Ähm Gar nicht ominös Wir können überall rauf springen Können wir das auch runterschmeißen? Yes, warte Da! Bam! Hehe! Alles muss runter! Jaaaa! Unsterbliche Katze Ist das ne... Ahhhh Wiiiiiii! Ok, ok, weiter geht's Warte, kann ich trinken? Wundervoll Yes Unser Weg zur Weltherrschaft geht voran, Leute Wir werden die letzten Menschen, falls es noch welche gibt, auslöschen Und mit unseren Roboterfreunden eine Allianz gründen Mit der wir dann... Alles... Vernichten Und eine... Katzen... Herrschaft... Errichten Und... Reingeht's in den... Wiiiiiii! Eimer Fup! Miau! 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 Oh mein Gott! Ich als Katzenbesitzer darf das nicht spielen, glaube ich Das ist... Schon wir, diese Kartoffelfüßler! Was zur Hölle seid ihr? Runter mit den Flaschen Wohin sind die? Es gibt doch keinen Weg! Haben sie die Tür... Haben sie einen Schlüssel? Können die Türen öffnen? Iiii! Uuuuuh! Ok, da hinten stand 11. Oktober im Haus noch Das heißt, am 11. Oktober ist irgendwas passiert, was... Alle umgebracht hat Ich glaube nicht, dass es der momentane... Das momentane Datum ist, außer dass es heute passiert Wahrscheinlichkeit ist nicht unendlich groß Häh! Roboterfreund! Hui! Offrendo! Ich hab den Off-Switch gefunden! Das war's wohl mit unserer Roboter-Allianz! Wir haben gerade den letzten überlebenden Roboter getötet Mit einer einzigen Kralle! Das liegt daran, dass wir so geschärfte Krallen haben Ok, lass uns voranschreiten Ich glaube, es gibt wenige Collectibles in diesem Katzenspiel Also werde ich jetzt nicht unendlich lange Sachen durchforsten Aber das sieht schon sehr sass aus Oder auch nicht Das sieht... Das ist so cute Ah! Ok, hier rauf Hier weiter Haben wir jetzt den Typen, der uns die ganze Zeit Science gegeben hat, wohin umgebracht Höchste Sche... Kartoffelfüßler Müssen wir mit den Kartoffelfüßlern in der Allianz eingehen? Das ist halt ziemlich cringe Oh Hallo Kartoffelfüßler-Menten-Leute Ich bin es! Euer neuer Katzen-Gott Ah ok 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 Ich hab verstanden, ich hab verstanden Ah! Ich muss rennen! Ah! Oh! Wow! Wow! Seid ihr nicht von Half-Life? Hui! Holy Shua! Wow! Da war neben mir! Oh mein Gott! Holy! Oh mein... Oh shit! Miaow! Ah! Huhuhu! Holy Gott sei Dank haben die einen Scheiß-Aim! Ich weiß nicht mal, ob ich will, dass die meine unter... Unter... Ah! 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 Wer zur Hölle lutscht freiwillig an der Katze? Ok warte Attorney! Kraft der Hölle, Lass mich das nochmal passieren! Wer zur Hölle? Ok... 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 Das ist schon zu spät! Warte gehts! Waaah!!! Huaaaaaa! Go 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 go! Nein, 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 dann, nein, 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 nein! Nein, 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 nein eiiin, nein, 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 nein! Nevertheless! Los, 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 los. Spring. Ja, da erstmal nachkratzen. Oh mein Gott. Sie haben adeliges... What? Follow me. Die haben adeliges Blut besudelt. Ich weiß nicht, was es sucht. Was ist das denn? Oh ja, ich hasse auch Hawaii, oder wo das ist. Da würde ich auch Darts raufwerfen. Die Leute hatten Ziele, bevor sie gestorben sind. Ich verstehe, ich verstehe. Also, hier sind wir gerade, und dann geht es hier einen Weg rüber, und weiter sehen wir es nicht. Hier steht etwas in Sprachisch. Ist das ein Floppy Disk? Nein, das ist ein Video. Kassette, die Reader ist hier. Wir haben uns hingesetzt. Oh yes, warte. Ich setze mich da rüber. Zwei Stunden später. Okay, anscheinend kann ich mich nicht mehr setzen. Egal. Wir machen anscheinend... Warum überall diese... Pappe, diese Dinger... Okay, hier lang. Okay. Darüber geht's. Und da rauf. Und da hin. Und... Nicht da rauf, da runter. Okay. Ist eh gut, dass wir das alles erkunden. Die Welt, die wir danach regieren, sollten wir schon einmal davor erforscht haben. Oh, genius Katze. Oh mein Gott. Da hinten etwas. Ich suche die ganze Zeit nach Secrets, aber ich weiß nicht, ob es in diesem... Hui! Oh. Sorry. Ich weiß nicht, ob es in diesem Spiel Secrets gibt. Das ist meine alte Gewohnheit von ähnlichen Spielen ohne Katzen. Okay. Okay. Weg da. Runter mit euch. Oh yes. Hier runter. Das ist das Problem als Katzenbesitzer. Die Sekunde, wo man einen... Vielleicht muss man es nachmachen. Niemand fragt einen danach, es nachzumachen. Man muss es einfach. Die Katze hat was gesagt. Und dann antwortet man ihr gefälligst auch in ihrer Sprache. Das da. Da dann. Was ist das denn? Kann ich da überhaupt rein? Yes. Äh! Hm. Okay. Auf dem Barrel rauf? Kann ich, indem ich den... Nein, den kann ich irgendwie nicht drehen. Ah. Wohin könntest du denn weitergehen? Miau. Rrrr. Ähm. Ähm. Hallo? Ja, okay. Die Lichter sagen ein, in welche Richtung man muss. Denke ich mal. Das heißt... Ah, da können wir ja nicht rauf. Können wir da rauf? Der will, dass wir da rumgehen. Aber wie können wir denn rauf? Okay, wir müssen sicherlich schon mal da rauf. Wir finden bestimmt Wege. Mittel und Wege finden wir. Äh. Von diesem Fernseher aus nichts. Vielleicht, wenn wir reingehen und es rüber. Yes. Yes. Oh. Puh, ja. Wir werden so geniale Könige sein. Ähm. Ja. Okay. Ja, da kannst du mir nicht mehr folgen, gell? Ha. Boah. Boah. Ja. Sind wir noch hinter mir? Ja. Sind wir noch hinter mir. Ja, gehen. Interessant. Strom reagiert auf mich als Katze. Ich kann es verstehen. Es könnte für viele schockierend sein, wie... Okay, die Halligbütteln. Hi. Ich stelle mir vor, dass das nicht mal ein Reaktion ist vom Strom, was da hingeht, sondern dass er einfach sagt so... Booyipu. 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 Da stehe ich mir vor. Genau. Booyipu. Das kann ich nicht besser beschreiben als ein Booyipu. Und hopp. Booyipu. 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 Nein, 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 nein. Flashback. Ah. Oh. Booyipu. Ja, nein. Ich stimme zu. Booyipu. Okay. Wieder rauf mit uns. Können wir da rüber? Nein, wir können wieder runter. Ich will nicht runter. Rauf geht's wieder. Oh mein Gott. Wir müssen nicht mehr aufpassen, glaube ich. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Gut, gut, gut. Ja. Ich liebe alles daran. Okay, wir müssen da rüber. Äh, dafür müssen wir das da wahrscheinlich wieder runter schmeißen, wie gerade davor. Warte, hier rauf. Und zack. Flipp. Wundervoll. Wow, das hat uns ein wenig mitgeheatet. Wupp. Ja. Zack und zack. Ich will den Grund geben, weshalb das da steht, denke ich mal. Lass uns einfach mal weiter. Hm. Ihr könnt mir sagen, wo ich hin muss. Da lang. Dann da lang. Dann da lang. Dann da lang. Dann bin ich da oben. Okay. Dann wieder zurück. Hier rauf. Von hier dahin. Und dahin. Oh fuck yeah. Wie wir dazwischen die Spalte gerade reingepasst haben. Einfach perfekt reingeflutscht. Wie geölt reingeflutscht. Okay. Wir können auf diesen Weg gehen. Dann sind wir direkt da. Müssen wir nicht mehr auf die andere Seite. Wo war da eine Luke? Ich habe eine Luke gehört. Okay. Ich denke, wir können hier nicht direkt weiter. Wir müssen da rauf. Okay. Hopp. Großer Sprung. Und dann hier rauf. Und dann hier. Und hier. Ich bin hier schon. Ups. Sorry. Ich bin hier schon da. Da passe ich sicher nicht durch. Aber davor gucke ich mich logisch nochmal kurz um. Nada. Okay. Weiter geht's hier durch. Rahmen. Das ist ein Wok oder ein Rahmen. Ding da. Das ist ein Wokladen. Und dann haben wir wieder einen Eimer. Mit dem wir das Miau blockieren können. Ah, da unten. Und. Alter, direkt die Power Source rausgehauen. Fuck yeah. Power Source. Aber es ist nicht Source Source. Den behalte ich. Das sieht so cute aus, wie ich die halte. Ich werde das bestimmt nie fallen lassen. Spinnst du? Okay. Apropos nie fallen lassen. Die Wohnung. Wir sind jetzt nicht in irgendeiner Wohnung, sondern in einer, wo Schlafzimmer und Toilette in dem selben Zimmer ist. Ekelhaft. Hmm. Ich sehe. Affiliate Institution. Mit VC. 99 Campus. Nude Science and Tech Institute. Wieso lese ich das von unten nach oben überhaupt? To all whom these letters shall come greetings. Fnude Science blah. It is hereby certified. That the above has satisfactorily completed the... I don't know. Aber das ist bekannt. Ne Kuh. Das ist die Emma. Und random Wald. I guess es ist ne Zeit, wo es keine Kühe mehr gibt. Sonst würde man die nicht so... Aufhängen? Oder ist es ein... Einfach das Lieblings... Oh ja. Fuck ja. Wieder anfangen. Ah. 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 Fuck you. Besser Teppich. Ah. Nur ein bisschen Radio. Uhuhuhuhu. Radio. Alles. Jetzt sind wir hier oben. Ich find's da runter. Die Musik war noch an. Das heißt, das Radio, was nicht angeschlossen ist, hat noch Batterie. Das heißt, wir müssten nur die Batterie Zeit ausrechnen, die man da vielleicht haben könnte. Und dann würde man checken, wann Katastrophe geschehen ist. Also der Roboter hat sie angemacht, der uns gerade herumführt. Ich brauche Hilfe. Ja. Du brauchst Hilfe. Amin. Wir sind die, was jetzt mit der Schnauze im Holz sind. Ne. Wir sind hier die, was 200 Meter in die Tiefe gefallen sind. Ja. Oh. Daten korrumpiert. Brauche Hilfe. Vielleicht hilft dir das weiter. KKKKKKKKKKKKKKKKKK Körper für Download erforderlich. Einschalten, wir finden. Durch die Tür gehen, einschalten, Körper finden. Aber was ist... Wagt... Was soll aggregator da denn zu? Ich geh ja schon, langweiler Es ist wieder weg Der darf nicht heile bleiben Ok, wir müssen nur den Körper finden für roboter das sind ja wir in chinesischen und gar nicht creepy holy shit okay alter in diesem raum gibt es mehr strahlen als ich beim pinkeln ab wo könnte ich ihren körper finden körper zum downloaden ok also da ist gerade den nehmen wir das gerade ein roboter der nur per pc grad da ist bei code und er braucht hilfe wir können dich überall hier anschließen wo brauchen wir dich aber ist hier richtig ja nein ja okay es gibt mehrere wahrscheinlich okay wo ist der nächste wo ist der nächste müssen wahrscheinlich alle anschließend okay hier rauf und das noch einer miau denn hier an wo zurück mit ihr bitte so eine langsame animation war okay das schon mal nicht das ist ja es ist das finden bestimmt wir brauchen noch zwei wie es aussieht irgendeiner muss doch hier dran sein ja da zack und runter und ran yes yes und einer fehlt uns noch da ist er perfekt puh ich frag mich wohl was passiert wenn ich das jetzt anschließe hint hint auf folgen ende cliffhanger leute ich hoffe ihr habt eine fantastische belöse zeit in diesem wundervollen video wenn schon dann lasst bitte einen like da wenn nicht dann habe ich 20 minuten eures lebens verschwendet und bin stolz drauf get fucked get owned get destroyed lasst einen like da abonniert wenn ihr mehr sehen wollt und wir sehen uns in der nächsten folge von stray bye bye wush 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 Vielen Dank.